Los! Arndt Schmidt-Mannik von CDX Filmzentrum für Medienkommunikationen ohne einen breiten Netzwerk an Übersitzenden Kooperationen entstand innerhalb der letzten sechs Monate. Neuze Produkte aus dem Bereich der Film- und Online-Marketing werden nun beangeboten, zu einem Preis, den sich keinen mittelständigen Unternehmen leisten können. Die Strategie beruht auf drei Punkten. Unternehmensberater Online-Marketing und Film, wodurch eine Marketingstücke abgedeckt wird. Film ist aber der Hauptbestandteil von CDX Film. Sie bekommen die Verbreitung der Filme über eine Plattform und viele Portale, und das sehr transparent, damit das Cloud-System die Kunden anwendet, und das für ihn teilnehmen kann. Ich biete die automatische Suchmaschine-Optimierung mittels Tonspur, inklusive Tracking und Reporting, und das Ergebnis ist eine Umsatzsteigerung von bis zu 30 Prozent. Die Innovation macht sich bemerkbar. Ich schätze meinen ersten Umsatz im ersten Geschäftsjahr auf 20.000 Euro nach acht, und lasse ich den Neuze-Test pro Tag auf meiner Seite. Ich bin innovativ, weil ich ein Teamplayer bin mit Film-Kooperationen, einem quantitativ hochwertigen Angebot zu günstigen Preisen, und das zählen kundenorientiert. Aus diesem Grund wird das CDX Film-Sier-Zentrum für die Zukunft.